Der letzte Tag vor Weihnachten also. Inspektor, das Ministerium für Grenzschutz führt zurzeit Gespräche über die Schließung dieses Grenzübergangs. Bis eine Entscheidung feststeht, haben Sie Dienst nach Fortschrift. Morgen früh werden Sie eine eingehende Befragung unterziehen. Verlassen Sie nicht das Ihnen zugewiesene Gebiet. Astotskanische Pässe sind weiterhin zu konfiszieren. Boah, da wird eine Decke gesucht hier. Oh, hallo. So, dann beginnen wir unseren Arbeitstag. Ohne Fehler bitte. So, Papiere bitte. So, er ist auf der Durchreise, also Transit für einige Monate. Moment. Das steht so aber nicht drin, Kollege. Was ist jetzt? Gut, ich bin nur zu Besuch. Okay, dann entscheide ich doch mal. Das geht von meiner Zeit nämlich ab. Das ist der Jamil Lunatev. Der ist korrekt. Wird nicht gesucht. Foto ist korrekt. Männlich. Obristan, Mering, irgendwas. Da müsste ich mal ganz kurz nachgucken. Ist korrekt. So, Gewicht, Übereinstimmung. Größe, Übereinstimmung. Besuch Obristan. Die Nummer müsste ich noch überprüfen. Das stimmt. Das Zeichen ist korrekt. Dunkle Haare. Ja. Stehts mitzuführen bis 28. Hier sehe ich schon mal kein Problem. Das Ding ist nicht abgelaufen. Passnummer ist korrekt. Er kommt. Ja. Ich würde sagen, hier ist alles in bester Ordnung. viel Spaß Weihnachten in Astotzka zu verbringen. Essig Hype. Was geht jetzt ab? Der Grenzübergang Christine ist Geschichte. Heute wird diese Mauer fallen. Und ihnen wird nichts geschehen. Nicht schließen. Nicht schießen. Was? Nicht schießen? Der Orden des Sterns von Essek. Diese Mauer? Und ich soll nicht schießen? Ihnen wird nichts geschehen. Okay. Oh, oh. Ich habe ein bisschen Schiss. So. Die Dame. Schönen guten Tag. So. Aus Astotzka. Das ist die Naomi Talia Usuwa. Usuwska. Gewicht stimmt. Größe stimmt. Bild ist, glaube ich, auch korrekt. Paradiesner war Astotzka. Das ist korrekt. Diesmal behalte ich es aber ein. Sehe ich jetzt kein Problem. Ich konfisziere den Scheiß. Beim Polio sehe ich allerdings auch keine Diskrepanz. Deswegen darf sie weiter. Was ist das für ein Zettel? Wo ist mein Pass? Der wird konfisziert. Und wie soll ich dann reisen? Ja, ruf mal die Nummer auf dem Zettel an. Wie immer halt. Nächster. Nächster. Fotoproblem. Wir hätten hier eine Übereinstimmung. Das ist soweit in Ordnung. Aber erkläre man mir das. Diskrepanz aufgeklärt. Das ist einfach aufgeklärt wegen dem Fingerabdrücken. Okay. Die Sarah Calvera. Gewicht stimmt. Größe stimmt. Das mit der Nummer ist korrekt. Abreisedatum ist nichts abgelaufen. Alter, wie sah denn die vorher aus? Gut, nicht, dass du es jetzt besser bist, aber okay. Wow. Scheint alles korrekt zu sein. Man glaubt es kaum. Das muss ich behalten. Das will ich weggeben. Ach nee. Das geht automatisch weg, ne? Ja, dann machen wir lieber keinen Ärger. Nächster. Schorchi! Junge, Junge. Ich hab das ganz große Ding gedreht. Riesig. Kannst du dir gar nicht vorstellen. Egal, ich wollte mich nur bei dir bedanken. Deswegen habe ich mich extra angestellt. Vielleicht setze ich mich jetzt zur Ruhe. Haha. Und es gibt Geld vom Schorchi. Ohne Ende. Göttlich, der Schorchi. Das häng ich im Übrigen hier mal ab. Das ist mir jetzt gleich zu risikoreich. Für die Befragung. Der Schorchi. Großartig. So. Er möchte arbeiten. Na, haben wir auch lange. Gar nicht mehr gesehen. So. Acht Wochen zum Arbeiten. Wow. Das lohnt sich ja. Größe stimmt. Gewicht stimmt. Kurze Haare ist korrekt. Die Ausweisnummer. Die ist auch korrekt. Das habe ich noch nicht im Kopf. Collision. Wedor. Collision. Collision. Wedor ist korrekt. Das Arbeitssymbol ist korrekt. Der Dimitri Koptenkow. Ja. Ja. Die Nummer stimmt. Polio ist nicht abgelaufen. Also das ist auch soweit in Ordnung. Vermessungskunde. Ähm. Okay. Viel Spaß beim Arbeiten hier. Kann man ja nicht anders sagen. Ja. So. Nächster. Zweck der Reise. Besuch. Alles klar. Einige Tage. Drei Monate sind nicht einige Tage. So. Die Zeit räumt das auf. Ach. Ich bleibe ein paar Monate. Wow. Ich bleibe ein paar Tage. Ich bleibe ein paar Monate. Na. Klar. Ist okay. So. Äh. Obristan. Das ist der Michael. Faris. Ähm. Hier stimmt alles. Er wird nicht gesucht. Polio. Männlich. Lorndas. Obritas. Ich glaube ich habe mir sogar gemerkt. Das stimmt. Der Faris. Obristan. Besuch. Drei Monate. Kurze Locken. Ja. Sagen wir mal. Das stimmt. Gewicht stimmt. Größe stimmt. Einreise ist okay. Ich glaube tatsächlich, wie das hier alles stimmt. Herr Pfann. So. Äh. Nächster. So. Die Papiere bitte. Impfbescheinigung. Ich besuche ver... Ich dürfte im Übrigen jetzt erst schießen. What the fuck? Hat mich Essig verarscht? Oder sterbe ich jetzt? Wow. What the fuck? Ihr Arbeitstag fand durch ihren Anschlag ein vorzeitiges Ende. Sie sind von der Arbeit nach Hause gehalten, um nach ihrer Familie zu sehen. Ihr Verhörst für morgen früh angesetzt. Sie können jetzt allein nach Orbison flüchten. Nein, verdammte Scheiße. Wow. Und Errungenschaft. Ich habe ein Achievement. Member of the Order. Inspector, was für ein glorreicher Tag. Die Grenze wurde durchbrochen. Essig wird stärker während Korruption und Gier nachlassen. Wir werden ihnen und ihrer Familie eine bessere Unterkunft zuweisen. Ihre Dienste als Inspektor werden nicht mehr benötigt. Wir brauchen Agenten. What? Schließen sie sich uns an und zusammen werden wir die Revolution vollenden. Es lebe das neue Astorzka. Hey. The fuck? Jawoll. Ende 19.20. Wir haben es quasi durchgespielt. Ohne vorzeitig zu verrecken oder verhaftet zu werden. Das ist ja endgut. Leute. Leute. Hey. Credits. Ich habe es durchgespielt. Nice. Und das nur, weil ich mich Essig angeschlossen habe, Mann. Es lebe das neue Astorzka, Baby. Nice. Alles richtig gemacht, oder? Ja, cool. Geil. Darauf erst mal ein Kindergetränk. Nice, Leute. Wir haben es geschafft. Das ist doch mal eine schöne Sache, oder? Das ist eine schöne Sache. Und euren ganzen Hass über den Typen, der angeblich gesucht wird, leckt mich. Ich habe alles richtig gemacht. Das war Ende 19 von 20. Wir haben jetzt erst drei Enden gesehen. Das heißt, es gibt theoretisch noch 17 Enden für uns. Die Frage ist jetzt, wollt ihr, dass wir versuchen, alle Enden freizuspielen? Oder ist für euch der Hype jetzt tot, wo wir es theoretisch durchgespielt haben? Was meint ihr? Das kommt jetzt ganz auf euch an. Weil ich weiß nicht, das ist für mich jetzt so das Ende. Es gäbe jetzt die Möglichkeit, alle Enden freizuspielen. Ich gucke mal gerade, was Steam sagt. Steam sagt, ich habe noch drei Achievements freizuspielen, bis ich 100% habe. Und ja, kommt jetzt so ein bisschen auf euch an, wie ich das handhaben werde. Ach, du heilige. Okay. Wow, ihr seid ja ziemlich heiß drauf. Uiuiui. Okay. Also, ich werde es dann wahrscheinlich so machen. Nicht alle Endings. Es gibt ja auch irgendwie keine Liste, welche man schon hatte. Zumindest habe ich keine gesehen. Oder man sieht es auch nicht in Steam oder so. Aber da machen wir mindestens 100%, oder? Das stand jetzt auch auf dem Chat. Weil ich glaube auch, dass alle Enden ewig dauern würden. Und wir probieren dann einfach 100% zu kriegen. Das wäre einmal, müssten wir noch freispielen, das Republia-Token, das Import-Token und das United Federation-Token. Wie man die natürlich freispielt, das sei mal dahingestellt. Das werden wir einfach jetzt mal so nach und nach probieren. Ich habe noch so ein paar Ideen. Also, ich wüsste ein paar Enden, die wahrscheinlich kommen. Das wäre zum Beispiel einmal bei der Bombe sterben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und so weiter. Gucken wir mal. Wir haben jetzt alle Tage frei zur Auswahl. Gut, dann, wenn ihr das wollt, dann machen wir auf jeden Fall mal die 100% noch.